Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Stefan Brandner es gelungen ist, in einem der widerlichsten Talkshows, die ich je gesehen habe, und das will was heißen, wie es Brandner gelungen ist, seine eigentlich nicht vorhandene Chance trotzdem zu nutzen und diese Leute zu demaskieren, wovor man, also ich, jedenfalls den größten Respekt habe. Jetzt sind folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Achtet vor allem darauf, dass am Anfang Brandner angeherrscht wird von dem SPD-Mann, dass er ihn unterbrochen hat und wie der SPD-Mann dann Brandner dauernd unterbricht. Und auch die Moderatorin. Also die Moderatorin weist ihn dann auch zurecht. Und Brandner wird an dauernd unterbrochen, wohingegen der SPD-Mann und alle anderen ungestört reden dürfen, minutenlange Monologe halten dürfen. Seit Wochen gehen hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße, um Flagge zu zeigen für die Demokratie. Viele sind besorgt angesichts der hohen Umfragewerte der AfD. Die Partei hat sich seit ihrer Gründung radikalisiert, wird in Teilen als rechtsextrem eingestuft und viele Mitglieder der ersten Stunde gehören ihr deshalb nicht mehr an. Trotzdem erreicht sie in ganz Deutschland inzwischen höhere Zustimmungswerte als die SPD. Ob die AfD nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg aber eine Regierung stellen kann, hängt von den anderen Parteien ab, die jegliche Koalition bisher ausschließen. Zwischen Umfragehoch und Massenprotesten, wo steht die AfD im Wahljahr? Unser Thema jetzt. Herzlich willkommen bei uns, das sind meine Gäste. Ann-Kathrin Müller, sie ist Politikredakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels und sie berichtet seit vielen Jahren über die Alternative für Deutschland. Ich begrüße Sebastian Fiedler von der SPD. Er ist Mitglied im Innenausschuss seit 2021 im Bundestag und früher war er Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Herzlich willkommen, Stefan Brandner. Er ist einer von drei stellvertretenden Bundessprechern der AfD, Mitglied im Deutschen Bundestag seit 2017. Er war Spitzenkandidat der AfD Thüringen zur Bundestagswahl 2017 und Direktkandidat auf Listenplatz 1 2021. Und zuvor war er auch Mitglied im Thüringer Landtag. Herzlich willkommen, André Jorulmas. Er ist einer der Protagonisten aus der Dokumentation, die vor uns hier gelaufen ist, über die AfD-Aussteiger. Er hatte in Recklinghausen den Kreisverband geführt, war dann von Parteigründer Lucke als Generalsekretär nominiert worden. Und dann aber nach der Abwahl von Lucke sind sie 2015 selbst ausgetreten aus der AfD. Herr Jorulmas, es gibt eine hohe Zustimmung für die AfD, wenn man sich die Umfragen anschaut. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe Menschen, die diese Partei verlassen haben. Warum ist die AfD nicht mehr ihre Partei? Das ist ja seit einigen Jahren schon der Fall, dass es nicht mehr meine Partei ist. Also es gibt ja Gründe, warum ich ausgetreten bin 2015. Und es liegt halt an der zunehmenden Radikalisierung. Die AfD ist mit einer ganz anderen Idee gestartet mal unter Bernd Lucke, Strabatti, Henkel. Und ist heute halt eine Partei, die für mich keine Heimat wäre und auch, ich sag, nicht wählbar wäre mehr. Wo merken Sie die Radikalisierung? Oh, an allen Ecken und in allen Bereichen. Die Herausforderung ist, dass die AfD sich ja gar nicht mehr schämt davor und auch Protagonisten der AfD in der Öffentlichkeit wirklich nicht mehr zu polarisieren, sondern auch wirklich die Gesellschaft herauszufordern und aggressiv mit polemischen Mitteln nach vorne zu gehen. Und das war früher noch ganz anders. Also in der Partei, da hat man versucht, sich noch zu entschuldigen, wenn irgendwo mal Aussagen waren, die nicht so in Ordnung waren, zu Beginn. Und das ist heute vollkommen verschwunden. Reden wir gleich natürlich darüber, woran das liegt und wie Sie darauf reagiert haben. Frau Müller, was würden Sie sagen, wie hat sich die Partei verändert? Würden Sie dem zustimmen, was Herr Jorolmer sagt, dass sich die Partei radikalisiert hat? Also im Vergleich zu ganz zu Beginn auf jeden Fall, zu 2015 auch nochmal. Ich würde sagen, die letzten Jahre sehen wir eher, dass das, was schon lange die Mehrheit in der Partei sich einfach immer offener zeigt. Und tatsächlich, man sich da nicht mehr distanziert von auch nur irgendetwas. Da gibt es nur ganz weniges, was da noch auf Kritik sozusagen stößt, beziehungsweise die Teile in der Partei, die noch Kritik an manchem äußern, haben einfach keine Relevanz mehr, haben keine Macht mehr, verlieren Abstimmungen und so weiter. Herr Brandner, wenn Sie das hören, was Herr Jorolmer sagt und auch andere in dieser Dokumentation, die wir gezeigt haben über die AfD-Aussteiger, da sagen eben viele, das ist nicht mehr die Partei, weil sie zu radikal geworden ist. Warum hat die Partei diesen Weg eingeschlagen? Ich kenne die Dokumentation jetzt nicht, also ich habe es nicht gesehen, wir haben gerade kurz schon mal geredet, aber diese These, dieses Märchen von der Radikalisierung gibt es ja schon lange. Da ist aber überhaupt nichts dran und ich sage mal, Sie sind ja 2015 ausgetreten, das heißt ja da schon, war es schon angeblich so radikal, dass Sie es nicht mehr aushalten konnten. Ich habe dann gelesen, 2016 wollten Sie wieder eintreten. Da hat offenbar eine Deradikalisierung stattgefunden, also so ganz klar über den Weg mit der AfD waren Sie sich offenbar nicht, aber es macht nichts. Wir nehmen halt Themen auf, die ansonsten keine Partei aufnimmt. Das war 2013, 2014 war es im Rahmen der Euro-Krise, die Euro-Rettung, die Frage, dass also hunderte Milliarden deutsche Steuergeld ins Ausland geflossen sind. 2015 kam eine ganz andere Thematik, die auch kein anderer angesprochen hat, die Massenzuwanderung und inzwischen ist die Thematik halt mehr die soziale Frage und wirtschaftliche Themen, die wir zurzeit bearbeiten. Das hat mit Radikalisierung überhaupt nichts zu tun. Also Sie sagen, Ihre Partei ist überhaupt nicht radikaler geworden, obwohl sie ja in einigen Ländern als gesichert rechtsextrem gilt. Ja, wer sagt das? Der Verfassungsschutz sagt das und der Verfassungsschutz ist dominiert von den Altparteien. Ist klar, dass die uns loswerden wollen. Herr Brandner, Sie akzeptieren den Verfassungsschutz nicht als eine demokratische Institution? Ja, überhaupt nicht. Was ist denn daran demokratisch und Verfassungsschutz? Das sind Ministerialbeamte, die abhängig sind von einem jeweiligen Parteipolitiker, der Innenminister ist. Der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen wollte für die SPD in den Bundestag. Da sehen Sie mal, was den antreibt. Die wollen uns vernichten, die wollen uns platt machen. Das hat mit der eigentlichen Idee des Verfassungsschutzes Deutschland, sag ich mal, zu verteidigen gegen aggressive Angriffe auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung überhaupt nichts zu tun. Also Vernichtungsfantasien gibt es ja eher bei der AfD und man kann jetzt auch nicht sagen, dass bei jedem Landesamt für Verfassungsschutz alle fünf Jahre die Leute komplett ausgetauscht werden, oder? Also die Beamten bleiben ja. Also ich habe weder das eine noch das andere gesagt. Ja, aber wenn Sie sagen, es ist abhängig immer nur von dem, der in der Spitze steht, also da müsste man ja jeden Beamten dann da austauschen. Ich habe über die Präsidenten gesprochen und über diejenigen, die Sie anführen. Das sind die jeweiligen Landesinnenminister. Sie haben über den Verfassungsschutz an sich gesprochen. Sie haben gesagt, dass Sie das als Institution, dass Sie das nicht so akzeptieren. So wie er aufgestellt ist, ist das völlig indiskutabel. Ja, Herr Fiedler, würde ich gerne, Sie zuhören. Sie erleben die AfD ja auch im Bundestag. Einfach nochmal zurückzukommen, wie radikal ist die Partei aus Iran? Ja, aber gestatten Sie mir, ich muss diesen Unsinn, den ich ständig höre, auch im Bundestag natürlich einmal den Menschen, den Fernsehern erklären können. Das ist natürlich grober Unfug von vorne bis hinten. Zunächst einmal ist es so, dass da Beamtinnen und Beamte arbeiten, die ein Eid auf die Verfassung geschworen haben, so wie ich als Polizist in der Vergangenheit einmal. Die halten sich an Recht und Gesetz von morgens bis abends. Wenn ich einmal reden dürfte, ich hatte Sie, glaube ich, auch nicht unterbrochen gerade, Herr Brandner. Das macht er übrigens auch, weil Sie mich nach dem Bundestag gefragt haben. Dann kann ich das als Fußnote einpflegen. Herr Brandner ist einer derjenigen, die als Strategie sich zu eigen gemacht haben, sich vorne in die ersten Reihen seiner Fraktion zu lümmeln. Und die Rednerinnen und Redner, die vorne am Pult stehen, sind über vorne. Herr Brandner, wir sind hier nicht im Bundestag und hier sind klare Regeln und Herr Fiedler hat das Wort. Und wenn Sie das Wort haben, können Sie auch ausreden. Er macht das wunderbar, weil das wollte ich gerade erläutern, weil das macht er. Die Rednerinnen und Redner sind vorne am Rednerpult und wollen ihre Rede halten. Und Herr Brandner, Herr Baumer macht das auch und viele andere der Partei scheinen sich abgesprochen zu haben. Sie reden permanent rein, permanent. Den größten Unsinn. Das spielt überhaupt keine Rolle in einer Tour. Da kommt es nur darauf an, die Redner aus dem Konzept zu bringen, so wie er das jetzt gerade schön wunderbar vorgeführt hat. Zurück zum Verfassungsschutz. Da arbeiten natürlich wie in anderen Behörden Beamtinnen und Beamte, das habe ich gerade schon gesagt. Die halten sich an Recht und Gesetz von morgens bis abends. Das ist völlig klar. Aber was anderes ist noch entscheidend dafür, um dieses Märchen aufzulösen. All die Dinge, die der Verfassungsschutz erarbeitet hat, beklagt regelmäßig die AfD vor den Gerichten. Und die unabhängigen Gerichte, vielleicht sagt er uns gleich, die werden auch irgendwie parteipolitisch beeinflusst, entscheiden regelmäßig über die Feststellungen des Verfassungsschutzes. Tausende von Akten werden beispielsweise zum Verwaltungsgericht nach Köln getragen und werden dort überprüft. Und natürlich ist es deswegen richtig, dass sie in drei Ländern als rechtsextrem eingestuft ist. Und daran kann man auch erkennen, an vielen anderen Punkten, dass sie sich natürlich wahnsinnig radikalisiert hat. Sie ist eine Antipartei, eine vermeintliche Anti-Establishment-Partei. Und sie lehnt im Prinzip alle Institutionen, die wir so kennen, die drei Gewalten, aber auch die Presse natürlich ab. Und daran kann man erkennen, dass der Rechtsextremismus gar nicht nur wegen seiner schieren Größe, wegen der vielen Straftaten relevant und gefährlich ist, sondern weil er die Institutionen von innen heraus versucht auszuhöhlen und zu unterminieren. Und das ist die große Gefahr. Trotzdem ist die AfD anscheinend attraktiv für viele Bürgerinnen und Bürger, die sie wählen würden, wenn man sich die Umfragewerte anschaut. Frau Müller, was ist Ihre Erklärung dafür, dass die Partei, die sich eigentlich radikalisiert hat, trotzdem so viel Zustimmung bekommt? Also da gibt es viele verschiedene Gründe für. Die Ampel gibt nicht das allerbeste Bild, er kommuniziert nicht so gut. Die Opposition, die CDU, CSU fallen leider darauf hinein, jetzt auch rechtspopulistisch daherzureden. Aber was die AfD tatsächlich sehr erfolgreich und geschickt gemacht hat, ist eben schon zu Beginn relativ am Anfang direkt bestimmte Narrative, also Erzählungen zu implementieren. Dass zum Beispiel die gesamte Medienlandschaft irgendwie linksgrün versifft sei, dass die Parteien nur Eliten seien, dass die in der Regierung sich irgendwie die Taschen voll machen und gegen das eigene Volk agieren würden. Und das ist damals gesät worden und das trägt inzwischen Früchte, dass man das eben glaubt. Dass man eben auch glaubt, dass der Verfassungsschutz ein Regierungsschutz sei. Das wäre wahrscheinlich das nächste Wort gewesen von Herrn Brandner. Genau wie dieses Märchen, tatsächlich ein Märchen, Herr Brandner, was er eben behauptet hat, dass sich niemand in diesem Land über Migration unterhalte. Das ist ja die größte Lüge von allen. Über kein anderes Thema wird seit Jahren, Jahrzehnten so viel geredet und geschrieben und gesprochen. Also da sieht man einfach, dass es darum geht, die Bevölkerung, eben Zweifel in der Bevölkerung zu säen gegen die demokratischen Institutionen. Trotzdem ist ja die Frage, warum sie dann trotzdem attraktiv ist. Herr Jorlmas, Sie haben in dieser Dokumentation auch gesagt, die AfD ist nicht wählbar. Und wenn sie wächst, ist sie in großen Teilen auch gefährlich für die Demokratie. Wie meinen Sie das? Immer eine radikalisierende Energie ist eine Gefahr für die Demokratie. Und wir haben im Moment Herausforderungen, einen Nahostkonflikt, der Ukraine-Konflikt. Wir haben das Drohgebärden von China und Taiwan. Und da kommen wir in eine Situation, wo einfach Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, auch nervös werden. Vielleicht auch in Teilen ängstlich, sich auch mit der Politik nicht auseinandersetzen und natürlich auf Narrative dann reinfallen irgendwann oder darauf anspringen. Das Problem ist, also wenn Sie gerade sagen, die Partei hat sich in den Jahren überhaupt nicht verändert in eine radikale Art und Weise, ist das genau ja das Beispiel, was ich meinte, mit der Ignoranz. Und dass man sich gar keine Mühe mehr macht, darüber zu sprechen. Also Sie, Herr Brandner, ja allen voran nicht. Wenn ich mir Zitate von Ihnen ansehe, dann wird einem ja ganz anders. Welche denn? Ja, so einige. Also ich glaube, irgendwo habe ich was gelesen von die typische Kleinfamilie. Ich glaube, dagegen zum Migrationshintergrund ist Papa, Mama und zwei Ziegen. Und wenn sowas möglich ist, dass sowas gesagt wird und in einer Partei geduldet wird und man dann auch noch Sprecher ist, Stellvertretender, dann halte ich das für eine große Gefahr. Herr Brandner, wenn Aussteiger die Radikalisierung beklagen, gibt es Punkte, wo Sie sagen, das ist eigentlich schade, dass wir die verloren hätten. Die hätte ich gern wieder, die die AfD verlassen haben. Ja, ein Punkt ist nochmal gerade, dass Sie auch hier Lügengeschichten aufsetzen. Dieses Zitat geistert seit Jahren durch die Gazetten. Es ist einfach falsch und erlogen und er stummelt erlogen. Und das wird immer wieder aufgegriffen und so geht es ja mit vielen Sachen. Ja, eine schreibt vom anderen ab und dann wird irgendwie verfestigtigt mal irgendeine Lüge und das haftet dann so an. Gucken Sie sich meine Rede an, das war in Erfurt am Hauptbahnhof im Bundestagswahlkampf, gucken Sie zwei, drei Sätze weiter. Das Gegenteil sage ich, im Gegenteil, genau das Gegenteil sage ich. Da sind Sie auch wieder reingefahren auf die Lügenmärchen. Zu Ihrer Frage, die Alternative für Deutschland ist die Partei, die in Deutschland das Grundgesetz lebt und zwar jeden Tag. Wir haben in tiefsten Corona-Zeiten, als nahezu alle Grundrechte eingeschränkt waren von den Altparteien, sind wir mit den Leuten auf die Straße gegangen und haben gesagt, die Grundrechte müssen gelebt werden, gerade in Krisenzeiten. Wir waren die an der Seite der Menschen standen und gesagt haben, glaubt nicht das alles, was einseitig über Corona berichtet wird. Und Frau Müller, es ist auch völlig falsch, dass ich gesagt habe, über Migration würde keiner sprechen. 2015 war die Ansage, alle bereichern uns, es kommen Millionen Fachkräfte. Und wir waren die Ersten, die gesagt haben, Leute, guckt da mal genauer hin, guckt da mal kritischer hin. Und auch da haben wir Recht behalten. Wenn unsere Ansätze, wenn unsere Politikansätze rechtzeitig umgesetzt wären, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht hier sitzen, weil die Alternative für Deutschland überflüssig wäre, weil in Deutschland eine vernünftige Politik gemacht werden wäre. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie verrennen sich immer weiter in demokratiefeindliche Ausgrenzungen der Opposition. Typisch, das war ja der Vorspann. Wo gehen denn bitte schon Regierungstruppen gegen die Opposition auf die Straße? Das ist doch keine gelebte Demokratie. Was meinen Sie genau mit Regierungstruppen? Ich meine damit, dass durch eine Medienkampagne, durch eine Inszenierung dieses Potsdam-Treffens Lügen in die Welt gesetzt wurden. Inzwischen ja offensichtliche Lügen. Korrektiv ist kilometerweit zurückgerudert. Nichts ist davon übergeblieben. Das Ganze wurde aufgegriffen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Von der Regierung, Frau Faeser hat es jetzt genutzt, um so ein 13-Punkte-Programm zu schustern. Und dann wurden die Menschen aufgehetzt und auf die Straßen, medial auf die Straßen getrieben. Und da sind viele auch dabei, die es vielleicht ernst meinen, die sind aber wirklich Pinocchio-Lügen aufgesessen. Und das meine ich damit. Das zeichnet eine Demokratie nicht aus, dass die Regierung dazu aufruft, gegen die Opposition zu demonstrieren. Das Demonstrationsrecht ist für das Gegenteil. Die AfD ist nicht die einzige Oppositionspartei. Es gibt auch die CDU und es gibt auch die Linke im Bundestag. Frau Müller, vielleicht möchten Sie noch mal was dazu sagen, was Ihrer Meinung nach die Menschen bewogen hat oder wodurch diese Proteste so stark geworden sind. Und was diese Berichterstattung über das Potsdamer Treffen ausgelöst hat. Also meine Erfahrung ist, dass es in den letzten Monaten schon auch vor der Korrektivrecherche eine wachsende Sorge im Land gab, eben über die steigenden Umfragen. Also natürlich versucht man da auch zum Teil zu verstecken. Herr Selner als Chef der Identitären Belegung. Genau, der im Zentrum dieses Treffens stand und da über Re-Migration geredet hat. Ein rechtsextremer Kampfbegriff, wie man Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland loswerden will. Das ist für lieber Unsinn. Das haben Sie und Ihre Kollegen aus dem Bundesland, aus dem Sie zum Beispiel auch sind, Thüringen und aus den anderen Ostfraktionschefs, haben das noch mal bestätigt. Was Re-Migration-Konzept für die AfD bedeutet, steht in Ihrem Europawahlprogramm, es stand in den letzten Bundestagswahlprogramm. Es geht darum, Menschen mit Migrationshintergrund, die entweder nicht geduldet sind oder die sogar geduldet sind, oder auch sie unter Zwang, unter Druck eben aus Deutschland zu befördern, auch indem man die Gesetzeslage ändert. Das ist mir schon klar. Aber deswegen ist es ja noch lange nicht rechtens, denn danach können solche Entscheidungen auch immer noch angegriffen werden. Ich würde gerne meinen Punkt zu Ende machen. Das kam dann noch mal oben drauf, dass Leute noch mal verstanden haben, welche Milieus sich eigentlich da so in Potsdam getroffen haben. Vielleicht dann noch mal zu diesem Thema Re-Migration. René Springer, AfD-Bundestagsabgeordnete, hat zu dieser Re-Migrationsdebatte gesagt, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen für mehr Sicherheit, für mehr Gerechtigkeit, für den Erhalt unserer Identität für Deutschland. Das besorgt anscheinend ja doch eine Menge Menschen, dass so zum Beispiel die katholische Bischofskonferenz heute auch klar gesagt hat, für Christen ist die AfD nicht wählbar. Herr Fiedler, wie wollen Sie sich aufstellen, um der AfD da etwas entgegenzusetzen, die in Umfragewerten besser dasteht als Ihre Partei? Wir müssen bei solchen und anderen Gelegenheiten zunächst einmal deutlich machen, dass es nur ein weiteres Mosaikstein von vielen gewesen ist. Wir müssten mal Polizistinnen und Polizisten und anderen aus den Sicherheitsbehörden erklären, dass es gut sei, aus der Europäischen Union auszusteigen. Dann wäre Europol eine der wichtigsten Agenturen im Sicherheitsbereich der Boden entzogen. Frontex wäre der Boden entzogen, Eurojust wäre der Boden entzogen. Wir brauchen eine europäische Staatsanwaltschaft. Die großen Bedrohungen, organisierte Kriminalität, Cyberkriminalität, können wir nur im internationalen und europäischen Verbund lösen. Die AfD will da aussteigen, will in die Mittel kürzen. Jeder, der von Sicherheit ein bisschen Ahnung hat, würde an diesem Beispiel erkennen, das ist eines von zahllosen Beispielen, dass ihre Inhalte wirklich nur für die Tonne sind und wirklich eine große Gefahr für uns bieten, in diesem Fall für die Sicherheit. Okay, trotzdem überzeugen Sie anscheinend nicht. Da würde ich gerne mit in die Diskussion, wie sehr ist die Stärke der AfD begründet durch die Schwäche der Ampelregierung, die im Moment wenig Zustimmung findet? Ein Problem, das ich beim Umgang mit der AfD immer wieder erkenne, ist, dass ich in den letzten Wochen war, ich war Silvester in München und da hat ein italienischer Kellner, mit dem man abends ins Gespräch kam, plötzlich gesagt, ich gehe hier in Deutschland nicht wählen, ich darf es nicht, aber meine Frau, die darf wählen und die ist Deutsche und der werde ich empfehlen, dass sie die AfD wählt. Und dann haben wir geredet und dann sagte er, ich möchte nicht, dass eine Migration in dieses Land geht, die nicht gefordert wird, irgendwie zu arbeiten oder nicht gefordert wird, was zu machen. Das war die Ansicht dieses Kenners, war gruselig. Gestern sagt mir ein Friseur in Recklinghausen eine ähnliche Aussage. Naja, nicht alles, was die AfD sagt, ist ja verkehrt und das heißt, die Sorge, die ich habe und die Frage, die sich die Parteien stellen müssen, ist, warum die AfD auch bei Menschen mit Migrationshintergrund mittlerweile eine Anziehungskraft bekommt. Weil deren Geschichten greifen, sie dürfen nicht den Fehler machen und sie mit anderen Parteien vergleichen. Sie ist eine extremistische Partei, die versucht natürlich diese Erzählung, das muss man dazu noch sagen, das machen sie leider Gottes sehr, sehr gut im Bereich der Social Media, natürlich zu verbreiten. Diese Geschichten stimmen ja nicht. In Wahrheit wissen wir, brauchen wir, gibt unterschiedliche Schätzungen, anderthalb Millionen eigentlich Zuwanderung pro Jahr, um unseren Arbeitsmarkt zu befriedigen. Wir haben Höchststände im Bereich der Beschäftigung und ähnliches mehr. Diese Storys dringen nur leider nicht durch und das ist in der Tat das Problem. Darüber würde ich zustimmen. Das wäre nochmal meine Frage an Sie, Herr Brandner. Sie sagen in Ihrem Programm, die Lösung der AfD ist mehr Kinder statt Masseneinwanderung. So heißt es in Ihrem Programm und Sie möchten halt eben weniger Einwanderung und den Fachkräftemangel damit beseitigen. Wie wollen Sie das machen? Ja, zunächst mal muss ich ja auf diesen Unsinn eingehen, der jetzt, ich müsste ja eigentlich die dreifache Redezeit haben. Es geht ja dreimal gegen mich und dann kriege ich ein paar Sekunden von Ihnen zugeteilt. Also zunächst mal sich jetzt einige Menschen rauszupicken, wie Herr Fiedler das gemacht hat und gesagt, da werden Kriminelle in der AfD. Dann reden wir mal über Herrn Taus oder Herrn Edati. Reden wir mal über Ihren stellvertretenden Bürgermeister, der vor kurzem wegen Kinderpornografie entdeckte. Reden Sie mal über korrupte Oberbürgermeister, die aus dem Amt gejagt wurden von der SPD. Also darüber können wir auch reden. Müssen wir nicht. Jetzt über die AfD. Ja, aber er findet ja auch mit den kriminellen Aktivitäten. Also das hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Der Austritt aus der Europäischen Union ist für uns das letzte Mittel. Was stimmt nicht? Was ich gesagt habe, dass da vorbestrafte Leute bei Ihnen in den Reihen sind. So was haben Sie erzählt. Ja stimmt das nicht. Gucken Sie mir Ihre Leute an. Da sind Kinderständer drin, Kinderpornografen, korrupte Oberbürgermeister. Um die sollten sich mal kümmern. Nicht um unsere Problemfälle, die es möglicherweise auch gibt. Austritt aus der Europäischen Union ist ein offenes Geheimnis, dass wir der Europäischen Union kritisch gegenüberstehen. Natürlich. Aber wir sagen auch, dass eine bilaterale, multilaterale Zusammenarbeit überhaupt kein Thema ist. Im Übrigen ist das das letzte Mittel für uns auszutreten. Wir wollen die Europäische Union reformieren. Und danach, und jetzt hören Sie genau zu, und danach wollen wir das Volk befragen, ob wir drinbleiben wollen oder nicht. Wenn die Europäische Union so gut ist, fragen wir doch das Volk einfach. Das ist nämlich unser Ansatz. Weniger Macht den Parteien, vielmehr basisdemokratische Elemente durch Volksabstimmungen und Volksentscheidungen. Schade, dass Sie mein Argument gar nicht verstanden haben. So, jetzt hatten Sie die Frage nach den mehr Kindern gestellt. Ja. Wir haben den Fachkräftemangel, die demografische Katastrophe haben wir selber verursacht in Deutschland. Dadurch, dass jahrzehntelang falsche Politik im Familienbereich gemacht wurde. Wir versuchen jetzt die demografische Katastrophe dadurch auszumerzen. So ein bisschen, dass wir aus dem Ausland Fachkräfte zu uns holen wollen. Was machen wir denn damit? Ich war gerade auf dem Balkan unterwegs. Die Leute aus dem Kosovo, aus Nordmazedonien, aus Albanien. Die hochqualifizierten Ärzte, die kommen nach Deutschland. Und wir schaffen sozusagen Fachkräftemangel in den Zweit- oder Drittweltländern, wenn man das noch sagen darf. Das ist also eine asoziale Zuwanderungspolitik, die wir betreiben, dass wir uns auf Kosten anderer Länder versuchen, wir unsere Versäumnisse der letzten Jahrzehnte auszubügen. Und das geht mit uns nicht. Wir sagen, wir müssen uns nicht gerade wie Münchhausen am eigenen Stopp, sondern wir müssen uns selber darum kümmern, dass wir es demografisch in Deutschland wieder vernünftig hinbekommen. Aber wir haben ja jetzt einen Mangel von ungefähr 700.000 Fachkräften. Das war absehbar. Also wenn wir jetzt mehr Kinder bekämen, würde es ja doch einige Jahre dauern, bis dieser Fachkräftemangel behoben ist. Wo gibt es denn Punkte, wo Sie sagen, das schaffen wir jetzt im Moment, weil Sie keine weitere Zuwanderung wollen? Ja, was heißt, wenn heute auf morgen so Sachen, die 20 Jahre lang verbockt wurden, können Sie nicht regeln? Also das heißt, wir haben keine Lösung dafür. Wir müssen ja damit leben, dass wir ein paar Jahre ohne genug Fachkräfte und ohne Arbeitskräfte über die Runden kommen. Vielleicht kann man auch Fachkräfte, Arbeitskräfte freisetzen zum Beispiel, wenn weniger Zuwanderung stattfindet. Und Polizei, Mitarbeiter, Mitarbeiter in irgendwelchen Behörden, die sich mit der Zuwanderung beschäftigen müssen, die könnten dann andere Aufgabenbereiche übernehmen. Wollen wir das so feststellen? Sie wollen Polizisten abbauen? Wir können gerne über die Zuwanderungskriminalität reden. Wenn wir die Zuwanderungskriminalität nicht hätten, dann hätten wir deutlich weniger Bedarf an Polizei. Das müsste eigentlich Ihnen als jeden Politiker bekannt sein. Ja, da sieht man, dass Sie nur im Rechts- und nicht im Innenausschuss sitzen. Das ist wirklich ein blanker Unsinn. Das wird doch keine Abrede stellen, dass wir eine massive Kriminalitätseinwanderung haben. Wenn wir die nicht hätten, brauchen wir weniger Polizei. Eine Kriminalitätseinwanderung? Weniger Richter, weniger Gefängnisbeamte, weniger Justizfotenzial. Überzugsbeamte. Was für ein blöder... Das ist ja wirklich... Okay. Also ich könnte wirklich umfänglich darauf antworten, was für ein Unfug das ist. Wir haben wirklich allein im Bereich der organisierten Kriminalität, und dieser Teil hat wirklich nur erstmal damit gar nichts zu tun, der Cyberkriminalität, so große Herausforderungen, dass die Dienststellen der Kriminalpolizei in den Ländern förmlich absaufen. Und das, was Herr Brandner jetzt sagt, ist eigentlich ein purer Unfug. Da weiß ich wahrscheinlich nicht, ob die Polizisten vor Lachen oder vor Weinen jetzt nicht in den Schlaf kommen. Ja, aber da machen wir vielleicht nochmal kurz fest, nur damit wir es richtig verstanden haben, Herr Brandner. Das heißt, Sie würden dafür plädieren, Stellen bei der Polizei abzubauen. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich habe gesagt, wenn wir uns um die Zuwanderungsproblematik kümmert und dafür sorgen, dass wir weniger Einwanderung haben, womit auch weniger Kriminalität einhergeht, könnten wir kräftefrei sitzen im Justiz- und im Polizeibereich, selbstverständlich. Gucken Sie sich doch die Zahlen an. Die Hälfte, fast die Hälfte der verurteilten Vergewaltiger sind Ausländer. Wenn wir die gar nicht erst reinlassen würden, hätten wir viel weniger Probleme. Gruppenvergewaltigung, Messerstechereien, das gab es früher nicht. Schießt rein. Ja, das sind die selbstgewählten Statistiken, die die AfD gerne... Gewaltdelikte, das ist alles ein überproportionaler Anteil. Wenn wir dafür sorgen, dass die gar nicht erst reinkommen, hätten wir das Problem. Genau, wie stark von deutschen Männern ausgeübt, die von ausländischen. Frau Müller, wenn wir auf die Wirtschaftspolitik kommen, es gibt jetzt eine Bewegung, oder viele Wirtschaftsunternehmer, die jetzt sagen, es ist gefährlich, wenn die AfD zu stark wird. Auch der Präsident des BDI-Russ-Forum hat davor gewarnt, hat gesagt, es ist wirtschaftlich gefährlich. Wie beurteilen Sie das, dass es da jetzt auf einmal so ein stärkeres Bekenntnis gegen die AfD gibt? Ja, das ist ganz interessant. Es gibt in Deutschland, das zeigen verschiedene Studien, schon seit Jahrzehnten, eben bis zu 20 Prozent, je nach Studie, Leute, die im Kern eben rassistisch denken, die dann eben sich natürlich am wohlsten bei der AfD fühlen. Es gibt auch sonst rechtsextreme Einstellungen im Land, die dann eben sich von dieser Partei angesprochen fühlen. Das heißt, da geht es nicht immer nur darum, die AfD bedient sehr stark dieses Bild, so wir sorgen uns um dich, was gar nicht im Programm sich niederschlägt, wenn man es durchrechnet. Aber eben dieses Bild einer Partei für Egoisten, ehrlicherweise, also wenn es nur um dich geht, dann wird alles gut. Und das kriegt sie halt eben gut bedient. Herr Brandner, es fällt auf im Bundestag, Sie kriegen viele Ordnungsrufe und auch bei dem politischen Aschermittwoch jetzt, dass Sie sehr oft Frauen anderer Parteien verächtlich machen. Und einen Ton, ja, in einem Ton, der bemerkenswert ist. Warum machen Sie das? Also das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Die Ordnungsrufe im Bundestag kann ich Ihnen erklären. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sieht vor, dass jede Fraktion einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags stellt. Uns wird seit sechs Jahren entgegen der Geschäftsordnung unter täglichem Bruch des selbst gesetzten Geschäftsordnungsrechts verweigert, einen eigenen Bundestagsvizepräsidenten ins Präsidium zu entsenden. Das heißt, Sie sitzen nur von den anderen Parteien. Es ist das Recht, eine Vizepräsidentin zu nominieren? Nein, nein, nein. Doch, auch die Grünen haben, es hat sehr lange gedauert, bis die Grünen eine Vizepräsidentin haben. Das kann alles sein. Gucken Sie in die Geschäftsordnung rein. Jede Fraktion hat Anspruch auf einen Vizepräsidenten. So steht es da nahezu wörtlich drin. Ja, das erkläre ich ja gerade, wenn Sie mir nicht ins Wort gefallen wären. So, das heißt, Sie haben nur Vizepräsidenten und Präsidenten der anderen Parteien. Und die lassen natürlich die Wut ganz überwiegend an uns aus. Und nach dem Spruch, eine Krähe hackt, der anderen kann Auge aus, agieren diese, weil die genau wissen, wenn der CDU-Vizepräsident dem Linken was gibt, dann wird der Linke sich mal irgendwann revanchieren. Daher kommt, dass wir natürlich von allen die Ordnungsrufe bekommen und die anderen unter sich da sehr mäßigend oder sehr gemäßig miteinander umziehen. Kurze Frage, in Thüringen, wie war das denn in Thüringen? Das war es genauso. In Thüringen haben wir auch ungefähr 80 Prozent der Ordnungsrufe in Persona einkassiert. Das hat mit Ihnen also gar nichts zu tun. Das geht ja nicht nur um mich. Gucken Sie sich die anderen. Wir leiden alle darunter, dass mit der sechs Jahre Bruch in der Geschäftsordnung des Bundestages wir keinen Vizepräsidenten haben. Ich soll mich jetzt frauenfeindlich geäußert haben. Moment mal, Sie haben auch Frau Markwas, die Bundestagsvizepräsidentin, als bemerkenswert dumme Vizepräsidentin bezeichnet. Sie hat daraufhin Strafanzeige erstattet. Ich frage mich einfach nur, warum dieser Ton so scharf ist von Ihnen immer. Erstmal gibt es dumme Männer und dumme Frauen. Das hat jetzt mit Frau Markwas, mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Aber Sie haben sie ja so bezeichnet. Sie hat eine dumme Äußerung vom Stapel gelassen. Haben Sie die da, worauf sich meine Äußerung bezieht? Sie haben sie als bemerkenswert dummes Vizepräsidentin bezeichnet. Sinngemäß, dass wir die größte Gefahr für die Demokratie wären. Das hat Frau Markwas auf Zwitsa rausgehauen. Und da habe ich gesagt, das ist eine bemerkenswert dumme Äußerung von dieser Frau. Und dazu stehe ich auch. Das hat aber mit Frauenfeindlichkeit nichts zu tun. Wenn Herr Fieter das gesagt hätte, hätte ich das genauso gesagt. Sie haben sich über Frau Baerbock ausgelassen, über Frau Lang ausgelassen. Ja, was heißt denn ausgelassen? Ja, sehr negativ. Was denn? Über die Äußeren, über die Körperfülle von Frau Lang, über die... Blutleere Gestalten, haben Sie zum Beispiel am Aschermittwoch gesagt. Sie sind aber die Moderatorin. Die Moderatorin sitzt da. Das war eine Aschermittwochsrede. Und genau so. Ich habe geschildert, wie mir am Rednerpult das Publikum vorkommt, in das ich reingucke. Und da sitzen blutleere Polizombies, habe ich gesagt. Verhärmte, vertrocknete Gestalten. Das hat also mit Frauenfeindlichkeit nichts zu tun. Sie haben dann nur Frauennamen gesagt. Das ist zufällig. Nein, nein, nein. Frau Hasselmann hat gesagt, Frau Roth, haben Sie gesagt. So, was habe ich bei Frau Baerbock, was soll da frauenfeindlich sein? Eine grüne Frau, die... Sie haben über Frau Baerbocks Friseurrechnung gesprochen, über die Englischkenntnisse, alles. Es war ja nur meine Frage... Das sind doch Fakten. Frau Baerbock gibt im Monat 10.000 Euro Steuergeld für Frisuren aus. Das muss man den Leuten doch draußen mal erklären. Das sind 300 Euro am Tag. So viel haben manche Menschen draußen gar nicht im Monat zur Verfügung, was Frau Baerbock am Tag für ihre Frisur ausgibt. Das hat auch nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Das sind Fakten. Okay, dann lassen wir das. Herr Brandner, ist es Ihnen nicht wirklich ein bisschen peinlich, hier irgendwie die ganzen TikTok und Twitter-Highlights irgendwie jetzt hier aufzuführen? Ich werde doch gefragt, dann antworte ich. Nee, danach wurden Sie jetzt nicht gefragt. Das haben Sie jetzt eingebracht mit den Frisuren und so. Nee, das war eine... Gucken Sie sich die Sendung an. Ich wurde danach gefragt. Ich habe geantwortet. Darf ich jetzt meinen Punkt auch machen? Weiß ich nicht. Sie sind generell gerne frauenfeindlich. Sie suchen sich immer wieder Frauen raus, beleidigen die doppelt und dreifach. Sie müssen immer wieder über die Figur von bestimmten Politikerinnen reden. Sie machen das seit Jahr und Tag. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Besonders interessant fand ich allerdings, dass Sie beim Aschermittwoch dann auch noch den weißen Frauen irgendwie besonders Prost sagen mussten. Das können Sie vielleicht auch nochmal erklären. Das kann ich Ihnen erklären. Das ist immer die Rede, wenn ich darf. Ja, natürlich. Das ist immer die Rede von den alten weißen Männern, die ja so immer so als das Schreckgespenst durch Deutschland getragen werden. Und dann wurden beim Aschermittwoch die alten weißen Männer gegrüßt von irgendeinem Redner. Und dann habe ich mich angeschlossen und habe gesagt, wir dürfen die Frauen nicht vergessen. Wir begrüßen auch die weißen Frauen. Wo ist da das Problem? Das war eine Reaktion oder die Fortsetzung einer Begrüßung von einem Vorredner. Ja, andere Fragen gab es noch nicht. Also manchmal spinnen Sie sich auch ein bisschen was zusammenformulieren. Kann das sein? Meine Frage war ja einfach, meine Frage ging in die Richtung, und deshalb gebe ich jetzt an Herrn Joralmas, warum der Ton oft so aggressiv ist. Das haben Sie ganz am Anfang auch gesagt, dass es sich geändert hat. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, Sie wurden mal, Herr Brandner, bezeichnet von jemandem als niveauloses Verhetzer der AfD. Ist das richtig? Ich glaube, niveauloses Verhetzer von nationalem Rang. Oder so ähnlich. Und das ist das, was sich teilweise widerspiegelt in diesen Reden. Aber das Problem ist, dass viele Bürger diese sehr, sehr einfache, simple Sprache dann verstehen, aufnehmen und sagen, ja, das ist genau, was ich auch denke. Oder im Kern. Und dann kommt dieses, nein, nicht alles, was die sagen, ist verkehrt. Und das ist diese große Gefahr, die die AfD einnimmt. Und da hat sie einen unheimlich starken Platz in der Gesellschaft eingenommen, genau diese Themen oder diese Sprache dann zu nutzen, um auf Wählerstimmen zu gehen. Warum versäumen die anderen Parteien das oder machen das nicht so stark wie die AfD, die ja bei Social Media eine sehr starke Reichweite hat und damit ja auch sehr erfolgreich ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das war wahrscheinlich, ich bin jetzt erst seit etwa über zwei Jahren im Bundestag und kann deswegen die Historie Ihnen nicht schildern, warum man vielleicht etwas später damit angefangen hat. Aber sehen Sie das auch als ein Instrument für die... Hundertprozentig, das ist definitiv der Fall. Ich würde andersrum sagen, gäbe, wir hätten jetzt eine Welt, in der es keine Social Media gäbe, dann läge die AfD bei zwei Prozent. Also weil sie überhaupt nicht, weil sie abhängig sind von den Algorithmen, die selbst verstärkende Effekte haben. Das ist der entscheidende Punkt. Das kann man durchaus so sagen, weil diese vereinfachten Botschaften, wenn ich jetzt nochmal dieses andere Thema herausgreifen darf, es wirkt für die Leute, als würde irgendwie 90 Prozent der Kriminalität von Zugewanderten begangen werden. So, es gibt einen Kern, der ist richtig. Wir haben in bestimmten Delikten überproportional die Situation, dass dort bestimmte Herkunftsregionen auftreten. Das lässt sich nicht wegdiskutieren, auch nicht kleinreden. Wenn ich aber über alles gucke und sage, wo sind die großen Herausforderungen im Bereich der Sicherheit, dann verschwimmt dieses Thema in vielen anderen Cybercrime, organisierte Kriminalität und viele andere Dinge mehr. Das wiederum kommt dann nicht zum Ausdruck. Also die Social Media sind für den Erfolg der AfD, glaube ich, von essentieller Bedeutung, weil natürlich auch dann Wahrheit und Lüge nicht mehr so relevant sind, weil sie sich ja eben untereinander selber verstärken. Also, weil man sich in seiner Blase bewegt und das macht es auch für die anderen Parteien sehr, sehr schwer, weil sie mit denjenigen, die sich dort informieren, die sich ein selbst geschlossenes Weltbild gegeben haben, gar nicht so richtig ins Gespräch kommen. Die glauben all das, was da ist. Sie kommen gar nicht zu dem, sie dringen zu dem Punkt gar nicht vor. Das sind persönliche Erlebnisse, die ich da versuche, Ihnen zu schildern. Das ist so, das ist eines der Probleme, was ich, für die, für das ich jetzt noch keine feste Lösung habe. Ich würde mir wünschen, dass viele derjenigen, die diese Geschichten glauben, mit mir ins Gespräch kämen über die Dinge zu Europol und vielen anderen. Mehr würde ich Ihnen genau erklären, was für ein Unsinn das ist, was Sie da gerade gehört haben und wie gefährlich das für die Sicherheit ist. Und wenn ich mehr als einen Satz dazu hätte, dann würde ich drei Minuten brauchen und Sie wären überzeugt. Aber das gelingt halt sehr, sehr schwer. Frau Müller. Es ist tatsächlich, also ich würde den Parteien auch Sie kritisieren und sagen, Sie müssten mehr da machen. Es ist aber tatsächlich, haben Sie einen doppelten Nachteil. Das eine ist, die AfD legt es eben darauf an, hält genau die Reden im Bundestag so, dass da der perfekte Clip sozusagen drin ist. Beschäftigt besonders viele Leute im Minijob oder sonst wie in den Bundestagsbüros, um diese Kanäle zu bedienen, weil es ein Teil der Strategie ist. Das ist in den anderen Büros, wo es dann irgendwie auch ein bisschen mehr um Sacharbeit und Facharbeit geht, nicht so. Nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Und das andere ist, dass die Plattformen tatsächlich der AfD sehr helfen. Denn diese Algorithmen sind darauf angelegt, über Emotionen zu funktionieren. Wenn man emotional auf etwas reagiert, teilt man es eher noch seinen anderen Leuten mit, die einem folgen. Das heißt, man generiert sehr viel mehr Reichweite über Wut. Und die Partei der Wut ist nun mal die AfD. Das heißt, man könnte halt, im Endeffekt müsste man bessere Plattformpolitik machen. Ja, also da müssten sich die Parteien schon noch mal überlegen, wie sie das Netz gestalten wollen. Sie wollten dazu noch was sagen? Ja, zu Herrn Fieler gerade noch mal ganz kurz und wieder angucken. Und das vermisse ich, das macht im Teil noch die CDU, dass sie da diese Themen mit aufgreift. Aber das vermisse ich unheimlich bei Grünen, Linken haben sich aufgelöst, aber auch bei der SPD, dass diese Themen da genauer gespielt werden und man sich denen auch mal annimmt. Faktisch stimmt das nicht. Also faktisch stimmt das nicht. Die ersten Messerstatistiken sind deswegen nur da, weil die SPD sie Nordrhein-Westfalen abgefragt hat. Also faktisch stimmt das nicht. Das Problem ist nur, dass Sie jetzt sozusagen die Diskrepanz zwischen der objektiven Sicherheit und der Gefühlslage der Bevölkerung schildern. Und diesen Zusammenhang zwischen der Statistik und der Kriminalitätsfurcht hat es noch nie gegeben. Und da sprechen Sie den richtigen Punkt an. Sie wollten dazu noch was sagen? Ja, Fake News. Fake News. Die Messerstatistik habe ich im Thüringer Landtag 2016 schon beantragt, um eine Messerstatistik einzuführen. Das wurde jahrelang überhaupt von gar keinem angepackt. Irgendwann hat sich das Problembewusstsein dann sogar bei Ihnen durchgesetzt. Und dann wurde die Messerstatistik aufgenommen. Aber der Herr Fiedler hat gerade seine demokratische Maske fallen lassen. Haben Sie das gemerkt? Wenn es die sozialen Medien nicht gäbe, stünde die AfD irgendwo bei zwei Prozent. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wir stünden wesentlich schlechter da. Das heißt, die sozialen Medien sind ihr Feind. Und genau deshalb versuchen Frau Paus und Frau Faeser massiv da einzugehen. Sie glauben, die haben es gar nicht nötig, in die sozialen Medien zu gehen, weil sie den zwangsfinanzierten Staatsfunk hinter sich glauben. Mit zehn Milliarden Euro im Jahr. Das ist genau der Grund, warum sie sich bisher darum nicht gekümmert hatten, weil sie ihre Klaküre im Staatsfunk gaben. Und da ist er praktisch ein Röder. Wir haben keinen Staatsfunk, sondern wir haben ein öffentlich-rechtliches System, in dem auch Menschen wie Sie hier sich auch äußern können. Ich würde ganz gerne mal die letzten fünf Minuten oder knapp fünf Minuten nutzen, wenn wir schauen, auf die Wahlen zu schauen in Ostdeutschland, wo in den Umfragen die AfD sehr stark ist, wo aber bis jetzt ja alle anderen Parteien sagen, sie wollen nicht mit ihnen koalieren. Frau Müller, was erwarten Sie da? Die Situation, so wie sie entstanden ist und diese Radikalisierung, die ist ja auch so self-fulfilling. Das heißt, man hat ganz früh gesagt, das sind Rechtsradikale. Und dann wurden es immer mehr, dann wurden die Strömungen immer stärker in der Partei. Und die große Sorge habe ich, also um auf die Frage zu antworten, dass sie koalitionsfähig wird, was Sie gerade gesagt haben, die Normalisierung tritt ein. Und ich habe früher schon Freunden gesagt, ich habe nur eine Sorge, da war ich noch Parteimitglied, dass die Partei irgendwann so sehr unterwandert wird von radikalen Kräften, aber die Bürger das nicht mehr sehen und dann sagen, ja, eigentlich ist sie ja wählbar. Also, dass sie dann wirklich der Wolf im Schafspelz ist am Ende. Also, die Partei wurde ja nicht unterwandert, sondern Menschen wie Herr Brandner waren ja sehr früh dabei, Herr Höcke war sehr früh dabei, Herr Kalbitz war sehr früh dabei, die haben die Kreisverbände aufgebaut. Also, die gab es ja schon immer. Es gab schon Systeme, ganz ehrlich, wie Leute, wie die Tore geöffnet worden sind in ganz vielen Verbänden. Ja, man ist da sehr geschickt vorgegangen, auf jeden Fall, um die Flügel zu stärken. Herr Brandner, wie sehr richten Sie sich darauf ein, in Thüringen zu regieren und die CDU von sich zu überzeugen? Also, erst mal komme ich mir jetzt nicht vor wie ein Wolf im Schafspelz. Also, ich bin ein ganz normaler Mensch, war 30 Jahre in der CDU und die CDU hat mich auch überlebt. Also, ich habe meine Position eigentlich kaum verändert. In Thüringen ist es ja ähnlich wie in Sachsen. In Thüringen ist die AfD so stark wie die gesamte Ampel zusammen. In Sachsen ist die AfD doppelt so stark wie die gesamte Ampel in Berlin zusammen. Die FDP kaum noch messbar. Die SPD steht vom Rausflug aus dem Landtag. Trotzdem wird jetzt keiner mit Ihnen koalieren. Ja, völlig klar. Wir sehen, wer überbleibt. Also, die FDP wird definitiv nicht überbleiben. Die SPD wird nur marginal, wenn überhaupt, eine Rolle spielen. Mit den Grünen haben wir relativ wenig Berührungspunkte, sage ich mal. Ist nicht alles Quatsch, was die machen, aber zu 99,5%. Da bleibt eigentlich nach dem Ausschlussprinzip nur noch eine CDU über. Und die CDU übernimmt ja sukzessive unsere Positionen. Sie haben es ja gerade selbst beklagt, dass die CDU beispielsweise die Migrationspolitik wird sich völlig anders. Gehen Sie davon aus, dass die CDU mit Ihnen dann... Davon gehe ich nicht aus, aber die CDU wird sich fragen lassen müssen, mit wem wollen Sie denn den Politikwechsel machen? Doch nicht mit denen, die es verzapft haben. Da bleiben eigentlich auch nur wir über. Aber man wird sehen, wer übergeblieben ist nach den Wahlen in den Parlamenten. Und diejenigen sollten alle gesprächsbereit sein. Ganz entscheidend ist, das sind jetzt Umfragewerte, die wir jetzt haben. Das sind noch nicht die Wahlergebnisse. Wir sollten auch uns doch verhüten, jetzt schon irgendwie Untergangsszenarien zu sehen. Wir müssen sehen, dass eben die vielen Demos, die vielen Leute, die wirklich aus den Wohnungen herausgekommen sind, die auf die Straße gegangen sind. Und denken Sie an die Äußerungen von Konzernlenkern, die jetzt sagen, wie wichtig es ist, dass wir für Vielfalt stehen und dass die AfD keine wirklich gute Idee ist. Die Moderatorin hat jegliche Neutralität von Anfang an aufgegeben und war im Grunde ein zusätzlicher Talkshow-Gast gegen Brandner. Es war offensichtlich extrem unfair. Es war wirklich das Unterste, was ich je gesehen habe. Und das will viel heißen bei Lams und so weiter und so fort. Also diese Sendung, sie war so unterirdisch. Und ich finde diese Leute so abstoßend, dass ich mir die Frage stelle, was haben wir hier überhaupt für ein Problem mit irgendwelchen Islam-Problemen, wenn wir sowas haben. Wenn wir solche Leute haben, das ist so undemokratisch. Das ist so ein großes Problem. Also schlimmer geht es überhaupt nicht. Also jedenfalls nach meinem Empfinden, schlimmer geht es nicht mehr. Und auch bei dem, was die Leute machen, wenn man sich jetzt die Ukraine anguckt, die Menschenleben, die sie zu verantworten haben, durch ihre Berichterstattung, durch die Täuschung der Öffentlichkeit, es ist, man kann es gar nicht unterschätzen. Also wie schlimm das ist, wie schlimm das ist, was diese Leute machen. Und jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, ja, die sind abhängig in ihrem Beruf, aber es gibt viele Leute, die sind schon alt genug. Nehmen wir mal beispielsweise die ganzen Rentner, irgendwelche Politrentner wie Gerhard Baum oder viele andere, sie müssten es nicht machen. Oder viele Journalisten, in Anführungszeichen, haben schon längst ausgesorgt, sie müssen das auch nicht machen. Und diese Leute, sie machen das trotzdem immer wieder. Und auch mit Freude, mit offensichtlicher Freude. Es war ein einziges Stakkato, das auf Brandner eingeprasselt ist. Und der Trick war wahrscheinlich der, dass man versucht hat, also es kommen so viele Vorwürfe auf einmal, dass dann, ja, dass man die Fassung verliert. Dass man eigentlich überhaupt nichts mehr sagen kann. Dass einem gar nichts mehr einfällt. Und die Frage der Moderatorin am Anfang war dann auch gar nicht mehr auf die Vorwürfe gerichtet, auf das Framing, wie die AfD eingeordnet wird, ob das stimmt. Sondern es war dann die Frage nur noch, warum sich die AfD in diese Richtung entwickelt hat. Also es wurde Brandner sozusagen gar nicht mehr die Gelegenheit gegeben, ja, stimmt das denn? Diese ganzen Vorwürfe, die hier alle nacheinander in den Raum gestellt haben. Stimmt das? Oder was haben sie hier für Gegenargumente vorzubringen? Ihm werden gar keine Gegenargumente eingeräumt, sondern er darf nur noch begründen, warum die AfD so schlimm ist. Und er darf sich eigentlich im Grunde gar nicht mehr verteidigen. Es ist praktisch schon unzulässig, sich überhaupt zu verteidigen, dass es so ist. Es war jetzt aber so, dass die Moderatorin und der SPD-Mann, dass sie einen folgenschweren Fehler gemacht haben. Und zwar hat Brandner am Anfang kurz unterbrochen, es war wirklich eine Kurzunterbrechung und sie war auch naheliegend. Es war eigentlich verständlich, dass an dieser Stelle unterbrochen wird. Und diese Gelegenheit hat der SPD-Mann dann ausgenutzt, Brandner anzuherrschen. Ja, dass er doch der unter großen Unterbrecher wäre, er ja auch im Bundestag dauernd auffallen würde. Und er hat sich dann dran gehalten, hat nichts mehr gesagt. Und nach einer Weile kommt er aber dann zu Wort. Und jetzt wird er erdauernd unterbrochen von dem SPD-Mann. Auch teilweise auf die frechste, auf die unverschämtste Art und Weise. Und die Moderatorin unterbricht ihn auch die ganze Zeit. Und der Zuschauer konnte es natürlich sehen. Er wird am Anfang angeherrscht, als der Böse dargestellt. Herr Brandner, wir sind hier nicht im Bundestag. Und hier sind klare Regeln. Und Herr Fiedler hat das Wort. Und wenn Sie das Wort haben, können Sie auch ausreden. Und die Zuschauer können natürlich schön sehen, wie es wahrscheinlich auch im Bundestag abläuft. Wie unfair es ist. Er wird unterbrochen. Die anderen schustern sich die Mehrheiten zu. Und die anderen machen genau das, was sie der AfD vorwerfen. Also die Moderatorin hat Brandner da unterbrochen. Und der SPD-Mann ohne Scham die ganze Zeit. Und das Gute ist, die Zuschauer konnten das alle live sehen. Und aus meiner Sicht, der, der diese Sendung gesehen hat, der muss eigentlich neugierig werden und sich fragen, was ist hier los in diesem Land. Und müsste eigentlich sich für die AfD interessieren. Und die Sorge, die jedenfalls ich habe, ist, dass die Leute, dass sie das alles hinnehmen. Und dass sie das sogar gut finden. Dass sie, dass es Mobber sind. Dass wir hier im Land ganz viele Mobber haben. Und ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass da Klarheit geschaffen wird. Und das Gute hier an der Sendung ist, auch, dass sich gezeigt hat, es können sich ja viele gar nicht mehr vorstellen. Aber das, was die Medien gemacht haben, das hat lange verfangen. Da haben viele AfDler auch gedacht, ja, wir müssen uns nur ein bisschen bessern. Und das sind die netz zu uns. Und jetzt hier, also bei Brandner war es wahrscheinlich schon vorher auch klar. Und man schätzt die Frage, wie sich die Öffentlich-Rechtlichen so selbst überschätzen konnten, Brandner einzuladen. Weil es war, aus meiner Sicht, mir war klar, dass es ein super Auftritt werden würde von Stefan Brandner. Aber sie haben anscheinend gedacht, mit ihrem Framing-Stakkato können sie ihn aus der Fassung bringen und können ihn dann als den Bösen hinstellen. Aber haben sie sich natürlich getäuscht. Und, aber weil auch die Argumente auch so klar sind. Und Brandner sie im Grunde das alles nur abrufen muss. In Anführungszeichen nur. Jedenfalls so fängt das nicht mehr. Und Brandner war auch vollkommen klar. Das hat man gesehen. Und das hat er auch dem Zuschauer deutlich gemacht, womit wir es hier zu tun haben. Jetzt stellt sich die Frage, was hätte man vielleicht noch anders machen können, noch besser machen können. Es ist natürlich, also ich habe die größte Bewunderung, wie er hier die Nerven behalten hat. Also ich wüsste nicht, wie ich dastehen würde, nach so einem Stakkato, oder einem Anfang, man so überhäuft wird von Vorwürfen, von allen Seiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich dann einfach nur da sitze und gar nichts mehr sagen könnte. Aber ihr habt gut die Fassung bewahrt, aber natürlich jetzt im Nachhinein kann man natürlich noch drauf gucken und sich überlegen, was hätte man jetzt noch besser machen können. Natürlich, die absolute Perfektion wird man nie schaffen, aber es lohnt sich ja zu überlegen, was hätte man jetzt noch besser machen können, damit man vielleicht sich beim nächsten Mal daran erinnert und es dann vielleicht noch ein Stück besser machen kann. Und das war natürlich am Anfang, was der Van Branden hätte machen können, dass er, wenn er das Wort hat, er erst einmal nochmal klarstellt, er weist alle Vorwürfe zurück. Und vor allem benennt er auch dann das Vorgehen der Moderatorin, dass diese ganzen Vorwürfe angehäuft wurden und er gar nicht die Möglichkeit hatte, jetzt auf alles zu reagieren. Das hat er später mal getan. Aber so kann er jetzt sagen, dass alles, was gesagt wurde, auch das, was nahegelegt wird, das weist er erstmal zurück. Und er kann auch das Ganze totschlagen mit Unausgewogenheit. Und was vielleicht ein bisschen gefehlt hat, ist der Verweis darauf, an den Zuschauer, guckt euch das Original an. Es wird jetzt hier das und das nahegelegt, gucken Sie sich die Bundestagsreden an. Gucken Sie sich AfD-Interviews an, gucken Sie sich es ungefiltert an. Bilden Sie sich hier Ihre eigene Meinung. Wir haben nichts zu verbergen, gucken Sie einfach das Original. Es ist natürlich klar, dass er sich mit der Moderatorin nicht verscherzen will, wo er schon eingeladen wurde, aber er kann ja die Medien allgemein kritisieren. Also das heißt, wenn er jetzt die Moderatorin kritisiert, dann kann er das immer allgemein fassen. Zum Beispiel bei Projektiv hätte er sagen können, dass es die Aufgabe der Medien gewesen wäre, das Kritisch zu durchleuchten. Und er hätte bei Projektiv auch konkret werden können. Also er hat natürlich gesagt, Projektiv, sie muss zurückrudern, aber aus meiner Sicht, es wäre noch besser gewesen, wenn man jetzt konkret den Punkt herausgegriffen hätte, dass deutsche Staatsbürger ausgebürgert und deportiert werden sollen. Dass man das also noch konkreter macht, weil er hat ankant, Friedmüller hat dann gesagt, ja nee, Projektiv muss doch nicht zurückrudern. Und es war dann so, es schien dann so Aussage gegen Aussage, weil Branden hat ja nicht viel Zeit und dann denkt sich der Zuschauer, der eine sagt das, der andere sagt das. Aber wenn jetzt hier man die anderen festnagelt mit einer konkreten Aussage, wie jetzt hier, man diesen Punkt herausgreift, dann ist es für Ann-Kathrin Müller, dann kann sie nichts dagegen sagen. Weil dann würde sie direkt lügen. Und so kann sie sich sozusagen, im Grunde ist es Täuschung, was sie macht, aber sie kann sagen, ja gut, Korrektiv musst du nicht mit allen vollkommen zurückrudern. Was natürlich stimmt, nicht jedes Wort, was Korrektiv gesagt hat, müssen sie zurücknehmen. Und so verschwimmt das dann, genau das, was ja Ann-Kathrin Müller erreichen will. Sie will die Klarheit verhindern und Suggestionen erwecken und enttäuschen. Und wenn man ganz konkret wird, dann kann man das verhindern, weil man dann Ann-Kathrin Müller, sie würde dazu gezwungen werden, zu lügen. Beim Verfassungsschutz hätte man auch noch das Beispiel Maß in Erinnerung rufen können. Das hat die Artino Coppalla schon gemacht, bei Lanz, aber man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Natürlich, die Leute haben es erlebt, aber das wird vergessen. Und es ist wichtig, das wieder ins Bewusstsein zurückzuholen, dass Leute sich erinnern, aha, Maas, wie war das damals? Für den Zuschauer war es eigentlich schon offensichtlich, aber natürlich, Stefan Brandt hätte das auch noch mal herausheben können, dass die Moderatorin am Anfang ihn belehrt hat, wegen Unterbrechungen und dann er von dem SPD-Mann dauernd auf eine unverschämte Datenweise unterbrochen wird, die auch inhaltlich das nicht rechtfertigt ihn zu unterbrechen. Also beispielsweise hat er ja gesagt, der SPD-Mann, ist das wichtig? Ist das richtig? Wobei aber deutlich war, dass es ihm allein darum ging, Stefan Brandt das Wort zu nehmen. Herr Taus oder Herrn Edati, reden wir mal über ihren stellvertretenden Bürgermeister, der vor kurzem wegen Kinderpornografie entdeckte, über korrupte Oberbürgermeister, die aus dem Amt gejagt wurden, von der SPD. Also darüber können wir auch reden. Müssen wir nicht. Ja, aber er findet auch mit den kriminellen Aktivitäten. Also das hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Der Austritt aus der Europäischen Union ist für uns das letzte Mittel. Was stimmt nicht? Was ich gesagt habe, dass da vorbestrafte Leute bei Ihnen in der Reihe sind. So was haben Sie erzählt? Ja, stimmt das nicht. Gucken Sie mehrere Leute an. Da sind Kinderständer drin, Kinderpornografen, korrupte Oberbürgermeister. Um die sollten sich mal kümmern, nicht um unsere Problemfälle, die es möglicherweise auch gibt. Und bei dem Punkt, wo Stefan Brandt den SPD-Mann darauf hingewiesen hat, dass er jetzt seine demokratische Maske hat fallen lassen mit den sozialen Medien, wäre es natürlich noch besser gewesen, wenn man das noch so gemacht hätte, dass dem SPD-Mann keine Ausflucht geblieben wäre. Weil er dann gesagt, er hat das nicht so gesagt, wie Stefan Brandt da gesagt hat und hat dann so Verwirrung geschaffen. Und wenn man ihn so zitiert hätte, dass er nicht hätte sagen können, ich habe es nicht genauso gesagt, sondern man das noch ein bisschen präziser ihm wiedergegeben hätte, dann hätte er hier auch nicht mehr entkommen können. Aber auch so war es natürlich eine hervorragende Reaktion. Und wie gesagt, das muss man in der Situation muss man das erst mal hinkriegen. Ja, aus meiner Sicht, man kann nur hoffen, dass möglichst viele Leute diesen Talkshow-Auftritt gesehen haben und der Plan der Öffentlich-Rechtlichen, er ging hier nicht auf. Also sie haben gedacht, sie kriegen Brandt in den Griff und sie haben es nicht geschafft. Und was bleibt ihnen jetzt übrig? Sie können die AfDler gar nicht mehr einladen, aber dann wird es noch offensichtlicher. Und allein, wenn diese Klarheit herrscht, dass sie sie nicht einladen, dann ist schon ganz viel erreicht. Was waren noch auffällige Momente in der Sendung? Ann-Kathrin Müller behauptet, die AfD-Reichweite in den sozialen Medien, sie käme dadurch zustande, dass in den AfD-Büros Videos gemacht würden. Also damit meint vielleicht auch mich, aber ich bin von der AfD vollkommen unabhängig. Ich halte von der AfD keinen Cent. Also was ich hier mache, hat mit der AfD gar nichts zu tun. Also jedenfalls nicht, dass ich in irgendeiner Art und Weise abhängig bin von der Partei oder da irgendein Geld bekomme. Ein lustiger Moment in der 40. Minute war, als die Moderatorin sagte, ja im Öffentlich-Rechtlichen können sie sich ja äußern. Wobei der Zuschauer natürlich gesehen hat, auf welche Weise sich Stefan Brandt nachher hier äußern kann. Aber natürlich, aus meiner Sicht wäre es trotzdem gut gewesen, wenn er trotzdem noch mal benannt hätte, wie diese Sendung hier abgelaufen ist und auch wie wenig die AfD eingeladen wird. Natürlich hat es der Zuschauer gesehen, aber wenn man es schafft, das noch mal zu formulieren, das auf den Punkt zu bringen, dann wirkt es noch mal ganz anders. Es geht um die Fähigkeit zu zeigen, auch dem Zuschauer zu zeigen, dass man die Intelligenz besitzt, das, was passiert, das zu formulieren, weil das zeigt Stärke. Die Sachen, das ist ja auch genau, worauf die Öffentlich-Rechtlichen bauen, dass hier getäuscht wird, oder grundsätzlich in Deutschland, dass der Trick der Medien ist, dass getäuscht wird und man es versucht, auf eine Art und Weise zu machen, dass das Opfer das nicht auf den Punkt bringen kann. Natürlich ist es eine Einladung, hier aufzuzählen, wie oft die AfD hier nicht in Talksinnungen eingeladen wurde. Wichtig war auch, dass Stefan Brandner so Anschuldigungen zurückgewiesen hat, beispielsweise Wolf im Schafspelz. Solche Verleumdungen oder auch so eine Dämonisierung, dass man das gleich aufgreift und zurückweist. Und natürlich, die Öffentlich-Rechtlichen, sie setzen darauf, dass so viel auf einmal ist, dass Stefan Brandner es nicht gelingt, das alles abzuräumen. Aber aus meiner Sicht ist es Stefan Brandner sehr gut gelungen, das möglichst viel abzuräumen. Und es war so, dass am Anfang er sehr wenig Redezeit bekommen hat, die anderen geredet haben. Aber dann war es nachher plötzlich so offensichtlich unfair, dass die Moderatorin das Gefühl hatte, ja gut, das kann sie jetzt nicht bringen. Und dann hatte Brandner doch noch viel Gelegenheit, dann Punkte zu machen. Und sie hatte ja nicht die Möglichkeit, ihn zu unterbrechen, ohne dass es vollkommen offensichtlich unfair wirkt. Auffällig war auch, dass genau als Stefan Brandners Integrität angegriffen wurde, er dauernd unterbrochen wurde. Also er überhaupt nicht sich verteidigen konnte bei einem zentralen Angriff auf seine Person. Und das zeigt doch schon, wie unfair das ist. Und da hätte man natürlich auch noch sagen können, er hätte hier noch erklären können, ich werde hier persönlich angegriffen, meine Integrität wird in Zweifel gezogen und wenn ich mich verteidigen will, unterbrechen sie mich dauernd. Wenn das auch noch mal ins Bewusstsein ruft, dann wirkt es noch stärker und dann sind die anderen noch mehr blamiert. Ein besonderer Moment war auch, wo der SPD-Mann wirklich beleidigend war und dann irgendwie so gemurmelt hat, ja so ein Blöder und also ihn faktisch beleidigt hat und natürlich wäre vielleicht auch noch die Gelegenheit gewesen, noch mal herauszustellen, wie sich der SPD-Mann äußert. Aber wie gesagt, es ist natürlich, Stefan Branden hat nur begrenzt viel Zeit gehabt, überhaupt die Worte zu finden und das hat er sehr gut gewählt und natürlich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich in der Situation, was ich gemacht hätte, ob ich überhaupt noch irgendein Wort rausgebracht hätte. Ankratin Müller hat öfters mal die Unwahrheit nahegelegt und hier hätte man sie vielleicht auch noch festbageln können auf Aussage, aber das ging alles wahnsinnig schnell und natürlich hat sie das dann immer so schwammig versucht, irgendwie unterzubringen und klar, muss dann Stefan Brandner Gelegenheit haben, überhaupt ans Wort zu kommen und dann wird er als unhöflich dargestellt, aber aus meiner Sicht, wenn es gelingt, so jemandem wie Ankratin Müller, zieht er immer ein Risiko ein, wenn es die Unwahrheit sagt oder auch täuscht und irgendwelche mit Fehlsuggestionen die Leute die Irre führt. Man kann sie dann bei dieser Aussage greifen, sie darauf festleihen und dabei bleiben und das hätte man vielleicht auch noch manchmal machen können, bei manchen Aussagen. Aber natürlich hätte, wäre, könnte, es gab nur begrenzt Zeit und Stefan Brandner, ich kann nur wirklich sagen, nach der Sendung, das war wirklich auch ein Meilenstein. Also das war, aus meiner Sicht, ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, aber ich fand es wirklich super, wie er es gemacht hat und man kann nur froh sein, dass die AfD solche Leute hat, die das hinbringen, sich dann so schlagfertig zu äußern. Also, ja, die Talkshow-Auftritte jetzt, sie sind, sie gefallen mir sehr gut, ich war ja vor zwei Jahren, also nicht nur ich, ihr bestimmt auch, zum Teil sehr enttäuscht und jetzt ist das wirklich, wirklich super. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sich sonst so einfällt.